Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück zum nächsten Mal von Let's Play Minecraft Together mit mir, der Max und der Yana, hallo, 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 okay, ja, heute geht, nein, stop, halt, nein, stop, stop, nein, wieder, mach ganz zu, Hilfe, verbaratetiert, nein, hier, rechts, und da, und hier, und dort, ja, Was ich eigentlich sagen wollte, ist noch ganz zum Anfang der Aufnahme, ähm, und zwar, dass ich, äh, scheiße, wie das falsche Texture Pack drin habe, als ich wollte mich eigentlich verarschen, ey, nein, nein, Texture Packs, Professor Täti am Start, so, und zwar, ähm, was ich sagen wollte, war folgendes, was wollte ich denn eigentlich sagen, Yana, du machst mich echt fertig, ey, wirklich, Ah, genau, und zwar wollte ich dich fragen, was denn heute, äh, ansteht in der Aufnahme, ähm, Diamanten, für deine Diamond Leggings, oder was, ja, natürlich, muss ja, ne, hast du Ofen also mitgenommen, oder was, ah, okay, cool, ja, warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt weitergehen, würde ich mir, also, bleiben wir schon noch ein bisschen hier drin, oder, weil dann würde ich mir dann mal ganz gern, äh, noch eine Spitzhacke machen, kannst du die Crafting Bench noch mal da hinsetzen, Dankeschön, Dankeschön, Schnucki, brauchst du auch noch irgendwas, nö, so, okay, äh, ich mach mal noch gleich ein Schwert, ich brauch auch noch ein Schwert, fällt mir gerade auf, so, so, alles klar, ich hab, brauchst du ein Steinschwert, oder ich hab noch eins, aber das lass ich eh hier jetzt, weil ich mein Steinschwert brauch, Coinschwein, ähm, so, okay, gut, ja, dann bin ich eigentlich soweit fertig, nicht nur mit der Welt, sondern auch natürlich hier mit, äh, warum hab ich Minecarts dabei? Ich hab keine Ahnung, ach ja, ich glaub, ich glaub, ach ja, wir haben noch welche, ich hab noch welche gefunden, Erstmal Indianer reinspringen, Yeah, Ey, Ey, ich hab Gold gefunden, Natürlich, Vor allem, du, Ja, Ja, natürlich haben wir auch wieder, also, by the way, ähm, Oh, ich hab schon wieder by the way gesagt, es tut mir auch leid, wenn ich's auch by the way sage, aber das ist nicht absichtigt, ich weiß auch nicht, warum ich das tue, Ähm, ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass ich jetzt irgendwas sagen will und möchte da eine schöne Überleitung finden, Aber das, äh, klappt mit by the way nicht und daher, keine Ahnung. Ja, ist auch egal, auf jeden Fall, äh, Nehmen wir jetzt gerade an einem Montag sogar auf, Ja, am Montag, Nach dem Sonntag, Das ist ja logisch, Äh, der Montag nach dem Sonntag der letzten Minecraft, ähm, Together mit Jana und Max Ausgaben, ne, Äh, und daher, äh, Naja, wenn ihr bis hier zu diesem Zeitpunkt keine Kommentare geschrieben habt, Dann können wir es ja dann nicht berücksichtigen, Ähm, ansonsten sind ja ein paar Sachen zusammengekommen, glaube ich, ne, wieder. Ähm, Ne, aber was ich, was ich eigentlich im Grunde genommen sagen wollte, Ist halt einfach, dass wir das einfach schon zu früh aufnehmen, Dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit hab, was schneiden und sowas anbindert, Weil es war echt, Ja, war schon ein bisschen hektisch das letzte Mal, muss ich sagen. Ähm, Aber hat ja dann doch alles ganz gut geklappt, Denn, äh, ja, Blubberfasel und so, Aber, ähm, ja, Wollte ich nur kurz sagen, Also, falls eine Frage nicht drankommt von euch, Dann habt ihr sie einfach zu spät gestellt, Aber dann kommt die hoffentlich nächstes Mal einfach dran. Und, äh, ja, So, das wollte ich eigentlich nur sagen. Der Server leckt. Ja, Jana, wenn du, äh, monatlich einen Server mietest, Dann leckt der nicht mehr, ne? Leckt wahrscheinlich eh nur an meinem Laptop, aber okay. Ne, das sieht wahrscheinlich an meinem, äh, an meinem, an meinem, Es kann, es kann schon gut sein, dass er an meinem Internet deckt, Aber, Da wir einfach keine Bonzen sind, Und uns, äh, Keinen Server leisten können, Ne, könnten, könnten wir bestimmt, Aber ist einfach unnötig, meiner Meinung nach. Oder willst du ihn mal hosten? Nein. Nein. Äh, ich hab Melon Seeds, by the way. Ich hab schon wieder by the way gesagt. Ja, ja, ja. Ich hab wirklich Melon Seeds, ne? Ist keine Lüge. Na dann. Ich hab 6, 8 FPS. Erster? Ja. Ne, wirklich jetzt? Ja, ich sag doch das, Server lag. Äh, aber die FPS liegen, aber nicht am Server. Schnucki. Ja. Das ist ja auch doof. Das heißt, FPS, das geht ja mal gar nicht, klar. Aua. Halt echt nicht. Ey, hast du irgendwie ein Texture-Pack drin, oder hast du im Hintergrund auch immer viel offen, oder was ist los? Eigentlich nicht. Ja, nur, was machen wir jetzt? Ja, ist ja nicht schlimm. Also, ist halt nur scheiße zu spielen, ne, aber. Alter, Jana, du bist so gut. Egal. Du hast in irgendeine Kiste hast du High reingeschrieben. Mit Kammelsturm. Ja. Oh mein Gott. Ja, nee, es ist nicht egal. Das ist ja doof, wenn du behindert, wenn das behindert ist, wenn du da so spielst. Wenn du behindert bist? Nein, du weißt, was ich meine. Das ist ja auch scheiße, irgendwie. Weil, oder? Geht. Okay. Na, wenn du sagst, es geht, dann geht's. Manchmal ist es mehr, manchmal weniger. Bevor du aufgenommen hast, war es halt so 66, 60. Und jetzt halt, jetzt gerade 20, jetzt läuft's wieder, hab ich wieder. Ja, okay, jetzt geht's. Aber gleich, gleich wahrscheinlich nicht mehr, ne? So, okay. Okay, alles klar. Hardcore in so, ne? Weißt du Bescheid. Ja, natürlich. Genau, und ich würde sagen, wir können hier einfach zur ersten Frage kommen. Und zwar scroll ich gerade mal ein bisschen. Mach mal ein By-the-Way-Counter. Nein, ich mach kein By-the-Way-Counter. Mach du doch ein By-the-Way-Counter in den Kommentaren, lieber Mr. Wurstzipfel. Ja, Wurst. Ja, der Name. Ja, mal ohne Witz jetzt. Wurstzipfel, Alter. Ganz ehrlich, das spricht echt für jeden. Aber cool, ne. Ja, By-the-Way. Ne, äh, nein. Ne, ähm. Ja, das wird eben By-the-Way. Tut mir leid, das ist einfach keine Absicht. Aber, äh, lebt einfach damit. Ich gewöhne mir das schon irgendwann wieder ab und dann ist es wieder easy life und so. Ne, äh, auf jeden Fall. Ist das halt so. Ähm. Welche Futschen haben gedisliked. Komm her und ich fick euch mit 96 Meter Dildo in den Arsch. Das habe ich auch zu, äh, was zu Ribery, äh, zu Ribery gesagt gestern beim Spiel. Wie gestern. Ähm. Ja, drei Leute haben halt gedisliked. Ist halt so, ne. Wenn sie meinen, sollen sie halt, ne. Ist doch schön, oder? Ja. Ja, ne. Finde ich auch. So. Voll schön. Ähm. Ach man, ich komme nicht in die Rohstoffe ran. Irgendwie finde ich hier gerade nicht wirklich raus. Ja. Ich finde hier gerade nicht wirklich irgendwie. Also an sich, habe ich letztes Mal glaube ich schon gesagt, dass an sich mag ich ja diese, diese Minenschächte. Vor allem fand ich die früher voll egal, als die eingefügt, äh, eingefügt worden waren, sind erstes Mal und so. Weil, einfach nur mega episch. Aber, irgendwie sind die so unübersichtlich und, und du findest einfach auch nichts Gescheites da drin irgendwie, weiß ich nicht. Es ist halt gut, falls du mal Fackeln brauchst und mitten unterirdisch bist und, und gerade halt nichts tun kannst. Dann ist es so ganz geil, aber, ganz ehrlich. Lass mal hier durchgehen. Goll, Skelett. Nein. Nein. Alter. Alter. Wie viele Skelette sind hier denn? Okay, wir machen irgendwie nur zwei. Ich bin höchst konzentriert. Wegen? Weiß nicht. Fackeln setzen. Ja, da ist schon mega Konzentration gefragt, ne? Das stimmt. Natürlich. Nimmst du euch auch Sheen mit und sowas? Soll ich? Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Ich glaube, dass du keinen Platz mehr hast. Creeper. Ich habe wirklich keinen Platz mehr. Ja, wahrscheinlich hast du solche Sachen dabei, wie Rotten Flash oder ein einziges Goldingel oder Gunpowder oder irgendwas Unnötiges. Habe ich auch noch drin, da habe ich auch keinen Platz. Creep. Creep. Geh weg, du Banause. Nein. Schön. Hast du das gehört? Nee, du bist gerade nur etwa einen Block von mir entfernt. Aber jetzt ist ja die Zuha-Hajana. Ja. Zuha-Hajana. Ha! 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 Hallo, Spinni! Ja, und jetzt BAM! Und jetzt BAM! BAM! So. Ich habe einen Creeper getötet und du lässt dich alle explodieren, ne? Ja, ja. Hier ist auch ein Creeper. Schön. Hallo, Creepy, ein Creeper, Creeper, ein Creeper kam herbei, yo Creeper, Creeper, Mann. Ähm, ja, weißt du, was ich hasse? Wenn ich singe, tut mir leid. Nein, ja, auch, aber, ne, wenn Menschen anstatt Creeper, Creeper sagen. Ein Creeper, Creeper, ein Creeper kam herbei, du Creeper, Creeper, Mann. Das war eh das geilste, irgendwie in der dritten oder in der zweiten oder dritten Folge von diesem Let's Play hier, als Jana gesagt hat, oh, ich hasse das voll. Ja, Alter, was war los mit mir? Hey, das war so geil. Weißt du, da habe ich hier gerade, da habe ich irgendwie so, keine Ahnung, diese, diese eine geile Landschaft da bei unserer Hütte, ne? Und so, und da habe ich gesagt, so, ja, Jana, guck mal, das sieht voll geil, dass ich so, ja, ich hasse das voll. Das war voll nicht verabschiedlich. Nein, ich habe mir das so nach angucken, dachte, äh, bin ich mir ein bisschen stark behindert. Ja, ich, ich, sag auch mal aus Reflex sofort, ich hasse das voll. Ja, ich hasse dich, ne? Ja. Hallo mein Schatz! Hallo Schatz! Oh, Licht aus. Ich sperre dich ein. Ja, wenn's Licht aus ist. Ja, äh, wollen wir mal irgendwie gucken, dass wir hier irgendwie rausfinden, weil irgendwie mag ich die Höhlen nicht. Also nicht raus, aber raus aus diesem Höhlen schafft, ja. Weißt du noch, wo unser Haus ist? Ja, natürlich, klar, das schon. Sicher? Ja, das finden wir, das, ja, nein, nee, das finden wir schon, aber, ähm, oh, Eis. Ähm, wollen wir mal, okay, lass mal hier lang gehen. Warte, ich, ähm, 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 warte. Ja, warte, dann suche ich hier kurz die nächste Frage raus. Ja. Und zwar, war das Part 1, doch einer hat noch geschrieben, cooles Video, die Musik war zu laut, ja, weiß ich, ich hoffe die Musik ist jetzt leiser. Dann hat einer geschrieben, wie roter das sagtest, desto feuchter der Keller, das gilt aber nicht bei Fake-Rode, habe ich dann geschrieben, ähm, hat einer geschrieben, äh, Max, Fehler in der Beschreibung, äh, das ist das LB, das ist das, das ist nicht das LB, sondern das Misas, das weiß ich auch, aber, äh, bla bla bla, hat ja gefailt, wegen Tech-Track und so, deswegen hatte ich einfach noch LB drin stehen. Äh, was steht noch drin, bist du und Jana zusammen, hat wieder jemand gefragt, aber natürlich mit so einem Smiley dahinter, ich denke mal, das ist da wirklich als Spaß gemacht, wo bist du jetzt hin? Ich bin direkt hier, wenn du mal stehen bleibst und nicht wegläubst, dann ja. Ja, ja, ne, lauf da mal weiter, weil wir wollen ja mal hier rausfinden. Ja, ja, da sind wir eigentlich jetzt zusammen, oder nicht? Eigentlich tun wir nur so, ne? Ja, ne? Ja. Lass mal hier lang gehen. Guck mal, da hinten ist noch, da hinten ist noch dunkel. Guck mal, hier können wir lang, das ist Wasser, war, das ist echt nervig. Also, falls du Holz brauchst für Fakten und so, ne, hier hat's ja jede Menge noch. Ich glaube, ich nehme da gleich ein bisschen was mit, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß noch nicht, wie lange wir noch hier drin sind. Musst du ehrlich gesagt sagen? Ja. Na, okay. Na, dann sag das mal ehrlich gesagt. Ja, und zwar, ich nehme jetzt Holz mit, das war ehrlich gesagt gesagt. Cool. Richtig awesome. Bist du? Ah, da. Ich bin da beim Wasser cool abgehauen. Das ist fucking awesome. Ich habe irgendwo noch eine Spinne. Oh, guck mal, eine Giftspinne. Ah, ihr Motherfuckers. Ich habe eine über 30 Level mittlerweile, ne? Ich habe 26. Nein, ich hänge fest. Ich hänge fest. Dankeschön. Ich weiß, das ist kaputt gegangen. Brauchst du eins? Ich habe eins. Ach, das ist okay. Ich buddel mich mal hier durch. So. Boah, hoffentlich hört jetzt mal diese scheiß Höhle auf. Also, dieses, dieses Randziehe-Ding da. Kein Bock mehr. Loil, 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 loil. Alter. Ach, hier doch eine Slava, da willst du nicht hin? So. Okay, ja, dann lass einfach mal hier lang gehen. Nee, ich baue jetzt Kohle ab. Ja, dann lass danach hier lang gehen. Boah, die Höhle ist sackvoll. Oh, je, 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 die, die, das ist ja, was soll das denn? Kommst du nicht hier hoch? Mit, so? Hm. Hm. Pfeife. Ja, komm, dann lass mich.